Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, das alle Welt geschätzt wird, und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt, da machte sich auf Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das miedische Land zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Haus und Geschlechter David war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seiner vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gewähren sollten.